Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einer Folge League of Legends. Ja, heute kommt nichts außer League of Legends. Dieser eine Part, damit ihr jedenfalls ein Video habt. Und lol, kann man schnell mal aufnehmen. Zwischendurch kurzen Part. Und warum ist meine... Was ist los mit meiner FPS momentan? Immer wenn ich aufnehmen, wird meine FPS gedrosselt. Auf, ähm, ja, die 60 FPS. Hey. Ähm. Jetzt geht's wieder hoch. Okay, alles klar. Ja, wir spielen Jenna. Super. Und wir haben einen Jhin als ADC in Graves, Jungle, Orianna, Mitte, Jace, Toplane und... Zett Toplane? LOL. Zett Toplane im Gegnerteam. In Chaco im Jungle. Oh Mann. Ari Mitte. Und Jings im Lulu Botlane. Alles klar. Ihr solltet mehr auf die Champion Picks achten, oder? Oder müssen wir sie jedenfalls merken. Naja. Ähm... Joa. Ja. Heute kommt kein anderes Video. Kein anderes Let's Play. Kein 60 Seconds und kein Tomb Raider und definitiv kein Isaac. Das hat den einfachen Grund, dass ich gestern erstens nicht dazu gekommen bin, auch aufzunehmen für heute. Und auch keine Lust hatte, aufzunehmen. Ich weiß nicht. Irgendwie hat sich keinen Bock. Und... Ja. Das ist der einzige Grund eigentlich. Isaac wird erstmal gar nicht mehr kommen, da ich halt echt... Null Bock momentan auf Isaac hab. Weil's einfach übel absackt. Ich weiß nicht. Das Spiel tiltet übel. Es regt einfach mega auf. Das hat... Nee. Der Spaßfaktor ist nicht vorhanden. Und... Ja. Aber morgen dann wieder wie gewohnt. Tomb Raider 14,30. 60 Seconds 16,30. Und ein neues Projekt auf 18,30. Welches werdet ihr dann sehen? Wieso ist meine FPS schon wieder auf 60? Ich check nicht, warum meine FPS manchmal gedrosselt wird. Oh. Ja, komm. Die Paar leben, Alter. Kann mich jetzt nicht... Ja, aber warum soll ich... Du bist fast Full-Life, Alter. Das ist Mana-Verschwendung. Und Schild-Verschwendung. Weil's in dem Moment dann... Irgendwas passiert oder so. Nachdem mein Schild halt abgelaufen ist. Oh, Död. Nee, warte. Ich krieg meine 6. Ah, stimmt. Ich hab ja das... Das andere... Support-Item. Ich muss gleich meinen Sound mal ein bisschen leiser machen, Alter. Hey, Lulu. Hey, Lulu. Hey, Lulu. Alles klar. Ja, gut. Ich war Bass jetzt ein bisschen... ...Erwahrung. Ist okay. Ist okay. Es ist ein Cookie. Ach, nö. Muss ich nicht. Muss ich noch nicht. Wie? Wo, lol. Shaco-Early-Gang-Top-Man. Hab ich gar nicht mitbekommen. Wieso ist mein Sound denn so laut? Ah, ich weiß warum. Immer noch. Mann. Wie viel hatte ich denn denn damals? Ich hab keine Ahnung. 13, glaub ich. 13? Ich glaub 13. Und wieder auf 60. Wieso werden meine FPS gedrosselt? Ich hab, glaub ich, irgendwas bei den Nvidia-Einstellungen geändert. Oder... Liegt das an OBS vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Komm. Ach, komm schon. Ich glaub, mein Exhaust war ein bisschen zu spät gesetzt, auf jeden Fall. Mein Exhaust war viel zu late. Würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte zum Einiges früher usen sollen. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass wir sie wirklich versuchen zu killen. Aber naja. Ja, ja, doch, doch. Es war zu spät. Es war viel, viel zu spät. Aber okay. Ist halt jetzt passiert. Den ist nicht gestorben. Wir haben keinen gekillt. Ist halt leider so. Aber was soll's. Können wir nichts machen. Den geht base. Ja, ich halte den Turm zu lange. Und wenn er wieder da ist, dann... Obwohl, eigentlich müsste ich noch nicht base gehen. Was meine Werte angeht. Ich hab noch genug Leben, genug Mana. Ich kann mir noch kein Sidestorm kaufen. Das ist mein Problem gerade. Wieder 60 FPS gedrosselt. Mir fühlt sich halt weniger als 60 an. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Okay. So, Lulu dürfte auch in circa 1,17 auch wieder... ...Dings abhaben, ne? So, wieder. Meine FPS gehen rund auf 60, aber es fühlt sich an wie 15, Alter. Wow. Wow. Ich hab noch keine Ahnung warum. So, wieder. Was ist das? Es sackt so übel. Ich muss später mal meine OBS und meine Nvidia-Einstellungen durchgehen. Um zu gucken, ob da irgendwie... ...weiß ich nicht. Ob ich da irgendwas falsch eingestellt hab oder so. Keine Ahnung. Irgendwas muss das ja sein. Ich geh immer eben base. Kann ich mal nachgucken. Immer noch bei 60. Alles klar. Das, dann... ...brauch ich nicht. Das mal upgraden. So. Dö, dö, dünn. Eigentlich... ...habe ich hier nichts an. Bzw. so aus. Irgendwas falsch eingestellt. Eigentlich nicht. Ja, das kann eine Leistung beeinträchtigen. Ich weiß. Aber das tut es nicht. Wenn ich V-Sync auch anhaben würde, dann würde es ja drosseln. Auch 60. Dann fühlt sich das so komisch an, auch die Maus und so zu bewegen. Ach, du Kacke, ey. So. Ist doch eigentlich nur, wenn ich aufnehme. Gestern Abend, als ich Leute gezockt habe, kam das nicht. Jetzt schon wieder. Was ist das? Das geht... Boah, das sackt so übel. Sackt richtig. Ach, du meine Güte. Vielleicht trifft das ja. Nein. Tut es nicht. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Keine Ahnung. Bootland Fields. Okay, Zettat. Schako steht auch schon 2-0. Was? Ori ist schon zweimal gestorben und der Grace, okay. Der Botlane läuft erstaunlich gut eigentlich. Sorry, musste kurz husten. Boah. Oh. Jin, fang mich an zu blamen. Nein. Oh, schade. Oh, nice. Oh. Okay, wir sollten aufpassen, falls Schako hier gleich einkommt. Wäre nicht so gut. Ari kommt runter. Ich habe gerade kein Dings ready. Kein Wirbel. Ich habe nichts ready, Alter. Ich habe kein Schild. Oh, nie. Aber Ari hat kein Flash, ne? Ach, so kacke. Okay. So. Ich weiß nicht, ob mein Flash gewastet war. Eigentlich ja nicht, oder? Ich habe meinen Kill bekommen. War ein bisschen unlucky, dass ich die Jinx nicht mit in Jinx Richtung geultet habe. Aber naja. Und das mit der FPS ist zack. Oh, wir drosseln mal 25, Alter. Yeah. Oh, sieht das. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie man so spielen kann. Ich weiß nicht, warum es die Drosselung 25 FPS gibt. WTF, ey. Okay. Komm nicht an, Jin. Komm nicht an. Digga, ich kam nicht an. Gott. Dann pinkt der mich auch noch, Alter. Holy shit. Okay. Sorry, dass ich gerade so geschrien habe. Ich hoffe, ich habe mich übersteuert. Ich weiß es nicht. Ja, komm jetzt. Okay. Schilded, okay. Nice. Schöne Sache. Leute, er hat keinen Assist bekommen. Digga, was werde ich hier denn dicht gespammt? Es waren sogar wirklich, es waren sogar nur Benachrichtigungen. Und keine Nachrichten. WTF? Ari ist weg, oder? Ja, Ari durfte weg sein. Oh Mann. Oh nein, ist sie nicht. Alles klar. Sie haben im Busch gecampt. Kann man mal sehen. Wo ich sie so treffen kann. Hey, Ari. Wie habe ich gerade einen Tausend Einer hier gesehen? Achso, ist er gespawned? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Gut, eigentlich können wir das fighten. So ist es nicht. Den darf halt nur nicht von mir weglaufen, sodass ich ihn nicht schilden kann. Das ist halt das Ding. Ich wollte ihn halt eben nicht schilden. Das war übel dumm, dass er die ganze Zeit weggelaufen ist. Ich wäre ein bisschen da geblieben, ein bisschen näher gekommen. Dann hätte ich ihn nicht schilden können. Aber naja. Was soll's? Ich habe kein Wort. Ui. Diese Jinx, Alter. Kommt. Tut was. Irgendwas. Geht irgendwen. Nice. Danke. Immerhin. Ach, Jinx haben wir auch noch bekommen. Nice. Oh, schön. Oh, das gefällt mir gerade. Nice one. Keif. Okay. Also in Englisch üben wir nochmal. Ne? Die Rechtschreibung ist nicht so dein Ding. Jin. Okay. Das war nice. Das war nice. Perfekt mit Jinx, äh, Jays Arme geultet. Das ist schön. Dauer haben wir auch noch. Wir haben sogar, hatten wir First Tower Gold? Gold. So bin ich mit dem Team. Nice. Ja, okay. Wir hatten First Tower Gold. Okay. Krass'n Ward. Krass'n Ward. Da ist auch'n Ward drin. Hinter uns ist Jocko. Nein! Nein! Ich hatte gerade fast mein Schild ab. Dieser Flash war geil, oder? War der vielleicht nicht geil, Leute? Ach Mensch. Okay, Jace hätte vielleicht... Ich hätte Redemption anders setzen können, ja. Ich hätte es komplett anders setzen können. Geh doch oben lang, Ori! Oh, Leute, ist das euer Ernst? Danke! Eui, eui, ey. Ähm... Ja, komm. Können wir das? Noch nicht. Denn ich habe immer noch keine Boots, Alter. Ja, komm. Zack. So. Ähm... Er ist tot, oder? Oh, lol. Oh, lol. Der Graves. Dass sie überhaupt versucht hat, zu diven, Alter. Hallo, Schakobox. Mach ein Outfit. Oh, danke. Puh. Den Ward snag ich mir. Den Ward snag ich mir. Alles klar. Egal, was ist denn mit der Jynx los, Alter. Yay. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Wow. Das ist... Wow. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Und wie ich das alles gerade gemacht habe. Aber es hat gut funktioniert. Wir müssen Dragon gleich machen, unbedingt. Komm, Graves, Dragon. Komm schon, Graves. Scheiße. Wollte ihn gar nicht attacken. Graves! Mach der gerade echt ernsthaft erst den Blue-Buff? Ohne Witz, Alter. Unnötigen Schaden kassiert gerade. Unnötig Schaden kassiert. Das war... Okay. Das war nicht rough. Also, ja gut. Wir haben den Dragon bekommen. Alles gut. Er hat den Blue-Buff genommen. Äh, okay. Okay. Den habe ich. Du lässt dich aber auch catchen, Jyn, ne? Ey. Okay. Und der Dragon... Wow. Okay. Schade. Ich dachte, wie viel Herzen. Komm mal hinterher. Ja. Kann ich sogar. Digga, wie weit ist die denn? Ah, Ulti, glaube ich, oder? Hat sie Ulti gehabt? Ich weiß es nicht. Der Falsche. Das ist immer noch der Falsche, Schacko. Das war der Falsche, Schacko. Fast tight. Dings ist halt übel strong. Ah, die steht 4, 6. Dafür ist die aber echt verdammt strong, ne? Na gut, 173 warm. Im Gegensatz zu unserem lieben... Jyn, das ist halt nichts. Gar nichts. Die Base. Vielleicht port ich mich hier ein bisschen dumm zurück. Nein, Chaco ist bei seinem Red Buff, okay. Äh, hole ich mir jetzt erst einen Iron Solari oder erst mal Schilde? Ja, komm, erst mal erhöhte Schilde. Ist, glaube ich, ganz gut. Gut. Da wäre fast Kaffee runtergelaufen. Das wäre schlecht gewesen, Alter. Hm. Ja, komm, lass uns einfach diesen Tower holen. Mach jetzt einen fucking Hit auf diesen Tower-Ghin. Oh, dieser Ghin ist so dumm, ne? So greedy, Alter. Also, er will alles haben, halt. Wisst ihr? Er wollte den Tower ja unbedingt last hin. Okay. Nice. 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 Einfach weiter. Hier haben wir. Good job, hier. Set. Hier, Set. Oh, lol. Ich dachte, er... Okay, er ist nicht weitergegangen. Oh, Mann. Okay, dieser Flash war wasted. Ich sollte eigentlich hinterhin flashen, Ulten zu Graves. Aber es hat nicht so funktioniert. Wie ich das wollte. Wow. Ist doch bestimmt geil los. Ich muss mir das unbedingt in der Aufnahme angucken. Unbedingt. Aber das Game läuft doch. Das Game läuft doch. Es läuft einfach. Oh Gott. Wow, Jace. Könnt ihr, Bruder? Könnt euch alle. Alter. Okay, ich stehe in 0,1,18. Ist eigentlich gar nicht so bad. Würde ich jetzt mal meinen. Ist schon gut, ne? Nein. Ich hab den Assisten aufbekommen. Ist okay. Alter, dass ich gerade gestorben bin, Mann. Ja, GG, Alter. Einfach nur GG. Wow. Wow, einfach wow. Schlüsselfragment, nice. Okay, cool. Dann können wir noch eine Kiste öffnen. Ah, Minus. Ah, okay, ja. Akzeptiere ich. Obwohl mit 0,2,19 hätte ich doch schon mindestens in einer Plus hätte ich mir gehofft. Ja. Ja, die Ari hat ganz gut gespielt, auf jeden Fall. Vom Ari kriegt man einen Honor. Ansonsten ging's eigentlich. Also, Jinx hat halt... Wow. Jinx an sich war nicht gut. Fand ich. Sie hat zwar Damage gedrückt und dann... Alles halt, ne? Den Jin die ganze Zeit weggefickt, aber naja. Sonst nicht. Die anderen beiden waren auch noch ganz gut. Aber... Ja. War ein schönes Game. War ein schönes Game. Ich kann auch schnell eine Truhe öffnen. Ach, Mann. Ich muss weiter unbedingt Mitte... Mitte spielen, ja. Mit dem Blanken Cutter. Ich will die auf Level 7 haben, die beiden. Aber... Fiora. Naja. Obwohl, ist eigentlich gar nicht mal bad. Ich hab nicht mal Fiora. Ich hab Fiora nicht, Alter. Aber ich kann sie mir halt so kaufen. Das heißt, wenn, dann hol ich mir Entzauberten... Äh... Hol ich mir Essenzen dadurch. Und... Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... Das. Nächstes Mal wieder. Ich glaube, es hat euch gefallen, eine Runde LoL zu... Sehen. Haut rein. Runde LoL. Runde LoL. Runde LoL. Runde LoL. Runde LoL.